Guck, guck, guck morgen Jungs und andere flirten, die ich im Krieg spielen würde. Wolltest du schon immer kämpfen wie in den Zeiten von George Washington? Das ewige Laden der Waffe, das langsame Gehen, das Halten einer Linie und Franzosen. All diese schlimmen Dinge habe ich heute erlebt, also wenn es euch gefällt, natürlich könnt ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und ansonsten kommentiert mal eure Gewehrlänge, um zu vergleichen. Oho. Henry! Okay Jungs, ihr hört schon vielleicht ein bisschen. Das ist auch eventuell der Grund, dass ich keine Kamera ernebe, weil ich für dieses Video anhaben werde. Ich bin krank und sehe da zu scheiße aus. Deswegen Jungs, keine Kamera. Ganz zippel, ich hoffe ihr versteht das. Es wird ein komplett anderes Video, mit einem anderen Spiel. Dieses Spiel, das ich hier spiele, heißt Holdfast. Ja, wer Holdfast nicht kennt, ihr müsst es nicht kennen. Ich will eigentlich nur den Humor. Wir gehen rein. Die heißen einfach Leckenüsse. Scharfschlütze-Tübel, äh nein, ich bin kein Sch... Let's go, einfach das da. Hallo, I need a strong leader who can lead me to victory. Sir, I'm right behind you, please stand still for a second. Hi, hi, how you doing, mate? Ah, no wait, I wanna talk with you, I need a leader. A strong man to grip my neck and say hello, daddy. Hey, hey, Lucien, 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 buddy, Lucien, my brother, Lucien, hey, Lucien. Stalks speaking Russian. Yeah, she is just going to be Russian. Ich kann auch die ganze Zeit einfach Deutsch reden, komm, fuck it. Englische Spiele, aber ich rede nur Deutsch. Für das Vaterland, liebe Kinder. Wenn ihr einfach Russisch redet, rede ich einfach deutsche Hunde. Ja, schön, das Gewehrstoffen, das machst du klasse. Ihr seid alle in meiner linken Hodensäcke. Hey, der hat gecampt. Der dumme Weg ist auf einem Dach. Dann kommt es wohl auf mich an und meine bloße Faust. Horse, pisse ich meinem Pferd. Lass mich auf das Pferd drauf. Okay. Dreckspferd. Aus dem Weg. Du niemand. Du bist du niemand. Oh, scheiße, du bist Deutsch. Kollege, du darfst nicht sterben, du bist die einzige Verbindung, die ich habe. Nein. Oh, du lebst doch, ich hatte schon Angst. Alles gut, alles gut. Nein. Ihr Schweine habt ihn umgebrochen. Ah, I had an ouchie. Nah, man, you need to fist this. Scheiße, spricht Erwin. Who had an Orgasm right now? Guys, it's just simple, go up there. Scheiße, die chillen ja hier oben alle. Ich bin mal der Felderarzt. Keine Verstärkung mehr. Was? Deswegen kann ich nicht spawnen. Okay, dann suche ich mir einen lustigen Dude. Oh, Digger. Was war denn, wundervolle Runde. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Preußen. Glaubt mir, Jungs, wenn ihr den Deutschen rauspaten wollt, müsst ihr Preußen wählen. Nein, wir wurden überstimmt. Äh, Fraktion voll? Was, ob ich jetzt zu den Russen gehen muss? Ist ja wieder nicht. Fall des Sucher, Blitz. You taste like ass. You smell like ass. You shit like ass. Schießt einfach. Ich weiß nicht mehr, ob das geändert hat. Just shoot. Wollte ich gerade umgebracht von meinem eigenen französischen Kollegen? Nein, das war, ich bin ein Russe. Ich vergesse, Henry, du bist Russisch. Can I take this Bayonet and stab myself? Die wollen mich Mannheimen, huh? Let's go in, boys. Alright, sit down, Pesans. Sit down. Gonna kill some Frenchmen today, huh? FRENCH! Ich bin scheiße, das Spiel. Ich finde, ich liegt in meiner Klasse. Ist der Gerdist mehr meins? I'm here for Mr. Cumlord. Is Mr. Cumlord here? Hey, was machst du hier? Kollege Teufel. Yes, gentlemen. Gentlemen, we're doing everything. Yes, sir. Cumlord, I'm doing everything, what you say. Yes. Yes, be my leader. Sir, I'm a little bit sick, you know. I think I can't aim straight. I personally think my sexual orientation is also not straight. One minute into the fucking round. Go, go away. Go away, Frenchman, huh? Gonna taste spaghetti, huh? Oh, fuck. Fuck, help me, Captain. Captain, you missed through. Oh. Follow me, I know where the leader is. We're gonna, we're gonna serve him. He's in the house right in front. Don't mispronounce his name. Yeah, he doesn't like that. Let's occupy the building, boys. The name, oh. FRENCH! Kill the French guy. Fucker, get him. For the glory of Mother Russia. Fucking charge. Guys, no, no, wait. Charge, occupy the houses. Oh, I killed him. I got him, sir. Come on. Can I get now my promotion? I need the money. We have to charge inside. I'm trying to charge inside their arms. We need to get that house. Who shot? You shot? I shot. How about you stop shooting and start dying? Kill the French. 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 Das ist schwerer als es aussieht. For Mother Russia. Penetrate the home. For Cumlord. For Cumlord. Take the building in the name of Cumlord. Ich wollte schon immer Franzose sein. Come on, my fellow Cum-Sergeants. How does it feel to miss your shot at such a distance? Are you embarrassed? Maybe a little. Shut up. Shut the fuck up. Ich bin ein bisschen überfordert. You can kill the white man, but you can't kill the idea. I'm gonna flank them. Oh, I'm gonna stab you like I would stab your mother in your fucking womb. Come, Lord, sir. You need your back. We need more Cum-Power. We need more Cum. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Wir werden gerade unglaublich böse überrannt. Protect the Cum-Tab with your lives. He's right there. Behind the tree. I'm gonna stab him. I'm gonna stab him. Go face like French Baguette. You ain't slashing your stubbing. Oh, oh. Fuck you. Fuck you. Oh, yes. You blocked the wrong way. I know I have a... Yeah, he died. He's a nothing. Stop blocking, shit. Oh, I'm gonna kill the flute guy. I'm gonna kill your flute guy. Scheiße, die nimmt uns. Erzählt ein. Never, 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 shabby. You better be fucking scared now, yeah? Be scared. Ist da irgendjemand? Oh. You first, little Pfeiffer boy. Ah, well. Go, go, go. Oh, ist das hier oben rauchig. I'm fucking coming in now. I'm coming up. We want to ride. Yeah, you fucking little pussy. No, you know, faggot. Oh, den schicken Hammerboy. Hammerboy ist gestorben. Das spielt nur Klavier. Was ist das für ein Versteck, ey? Das ist der letzte Russe anscheinend. Er verteidigt ganz Russland. Die Videos suchen gerade einfach diesen einen Russen, der hier oben im Kamin sitzt, einfach runterzubomben. Franzosen, ey. Guck mal, wie viele Leute. Es gibt 150 Leute und ich plant mal uns 12. Austria. Komm schon. Für das Deutsche. Kaiser Wilhelm II. sagte damals, nimmt ein. Ihr fragt euch, wer die ganze Zeit diese böse Das Imperium schlägt zurück Musik spielt. Das ist da hinten dieser, dieser, mein Leader, mein Führer. Ah, das war er verdient. Los geht's, Jungs. Das ist nicht chinesisch. Du Hure. Nobody care about your Chinese heritage. Du hast Arschhaare bis zum Boden, halt die Fresse. REIN, meine Kameraden, REIN. REIN, GEHL. OH, FUCK, GEH ZURRICK. Rückzug, ich glaub wir sterben. Ich hab kein Bock. Kollege, stech mich nicht ab. Hier lieber ein paar Russen da draußen. Ah, da, da links. Da kommen sie mit Pferden. Ah, sind das alles Russen? Scheiße, die sind alle bei B. REIN, KAMERADEN. Lass die nicht B nehmen. Oh, no. Hey, hey, hey. Ah. Tja, ich glaub es ist so und soll auch so irgendwie sein. Deswegen werd ich jetzt zum Feldarzt. Ich will der Feldarzt sein. Ey, Lugas. Lugas, du hast eine kleine Wunde am Bein. Warte mal. Ah, danke schön, Kursen. Gerne, gerne, gerne. Keine Sorge, Lukas. Auf dich passe ich auf, als wärst du mein linker Boden. Panzer, komm her, Kollege. Panzer, bleib hier. Genauso, ich stoffe jetzt die Pillen in den Mund. Ja, genau, so magst du das. Let's go. VORWÄRZ. Ah. Wir hatten eine kleine Fangruppe. Auf geht's, Kameraden. Also, ich hab ihn getroffen. Natürlich, ich kann drink lavar hinter mir. Hey, yo. Das Bardo. Hi. Are you English or Spanish? I am Hungarian. Wie anders ist denn, English or Spanish? I speak English. If you move, you are gay. I don't think you have power. No, are you gay? Baby, you got something in your nose. Sniffing that cake. Nein, Kendrick Lamar kommt. Der scheiß Copyright. Was? Der Dinger ist, er folgt mich. Panzer. Bleib hier. Bleib hier. Ich bin die gratis Krankenkasse für dich. So, perfekt. Adam, stay still. Stay still, Adam. Adam, you're dying. Your mother won't see you again if you don't stand still. Yeah, yeah, that's what I thought. Like, 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 no. Adam. Adam. Stupid Adam. This is in-game, dear Luke. Dinger, what the fuck? Hey, gottverdammten Baban. Ja, doch, so klingt ziemlich krank für mich, Österreicher. Da kommen Raketen. Careful. Ey, 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 ey. Don't, don't. Ja, ja, bin ich. Jungs, der Arzt ist auf dem Weg. Stay still, stay still. Yeah, eat your pills, eat your pills. Yeah, you don't look so good. Töte die Russen. Die Russen hat mich getötet. Oh, ich hab dein Pferd getroffen. Also, eines kann ich dir sagen. Der Pferd wird nicht mehr nochmal laufen, nachdem ich das so getroffen habe. Ich hasse Menschenmord. Wenn ich sowas sehe, macht's mich krank. Rainer, ihr Bastarde. Ja, was? Boy, give me health. Yeah, yeah, give me health, boy. Thank you, thank you. Ah, der hurt me. Der hurt mein Ugo. Wait, wait, wait. No, excuse. No, no. Ich fand sogar noch mein eigener Mate, werd nicht gekillt hier. Ich wette es. Nein, verdammte Russen. So muss ich Ukraine füllen, krank. Zwei, weil die zwei nicht wählen, hat das deutsche Folge nie geliebt. Dann muss ich wieder rüber nach Österreich. Ist okay. Italien. Oh, sorry, hab mich komplett füttert. Italien. Avanti. Perlitalia. Italien. I hit a woman. A woman died. Hey, Franz. If you move, you're gay. Baby, you got something that you know. Every French that moves is gay. Hey, you killed an innocent man. What are you doing, guys? It's like your principles. Scheiße. Dass man auch sich irgendwie nicht schneller fortbewegen kann als das, ist ein bisschen sad, aber ich spiele doch zur Atmosphäre, weil ich glaube, früher hat man sich nicht schneller bewegt als das. Hey, Franz, Franz. Come here. Ich hab ihn umgebracht. Ich hab Gerhard Ronstelbeer umgebracht. Zu schade. Dann gehe ich langsam wie ein Boss, wenn das nicht nachlade. Oh, Fischgaming. Steckst du mal dein Jaro in den Lachs? Ich war Italien, aber, boys. Why we don't have a line here? Because lines aren't straight and I'm definitely not. It's so sad. Butter, ich sage it's so sad. Steve Jobs died of Ligma und dann Ligma-Boss. Odin schrägstrich deport Port Palästine Migrants? Was ist das für ein Name, Digger? Jojojojo, sag ich mal ein Jäger, ne? Ja, will ich mal jagen, ne? Kann ich mal dein Popoloch jagen? Okay, mal schauen, ob ich von hier auch schon treffe. Alles klar, sagt gleich nein. Bosch, for Italy. Heyo, French people, you move your game. They're coming, they're coming. I got Hermit. Dann gehe ich mal ganz langsam diese Treppen da hoch. Let's do it slowly, boys. Yeah, don't overrush it. There could be danger up there, yeah? I think you both will die. Ich glaube, ich werde sterben. Scheiße. Oh, guck mich an. Sieht aus wie eine Cartoon-Figur, wenn ich so laufe. What are you doing, Lan? Come on, man. We have a war to win. No. That's what I said. Italiano. Platz 53. Ist doch nicht schlecht. Mit dem Abschluss, oder? Wenn dir das Ganze gefallen hat, ich gerne fange jetzt ein Like oder ein Abo dazulassen. Ich bin auch Henry Goki. Ich bin raus für heute. Ich hoffe, euch hat diese andere Art am Video heute gefallen. Und wenn ja, dann lasst es mal gerne mit dem Like da, ne? Und ansonsten wäre ich raus für heute.